Hallo, ich bin die Elli. Ich die Patricia. Ich bin die Karina. Und ich bin die Sandra. Wir sind vom CSD München und stolz euch unser Motto für 2022 präsentieren zu dürfen. Wir hatten insgesamt 37 Motto-Vorschläge und es haben 1.105 Menschen abgestimmt. Und hier ist das Motto mit den meisten Stimmen. Und hier die beiden, die uns das Motto eingereicht haben. Hallo ihr Lieben, ich bin Sabine Mauteschle. Und zusammen mit Robin Ring haben wir dieses Motto eingereicht. Und ihr habt's gewählt. Hallo Robin. Danke für eure Unterstützung. Danke, dass ihr für das Motto abgestimmt habt. Tausend Küsse. Gerade jetzt ist Solidarität und Zusammenhalt so wichtig. Daher less me more we. Eure Sabine Mauteschle und Robin Ring. Darling.